Das Doppel-Halb-Finale bei den Bezirksmeisterschaften Mittelfeld ist ausgerichtet vom FIFA Altdorf-Bahn-Lunde 2012 mit dem letzten Abschlag von Manuel Hoffmann an der Seite von Manuel Kupfer, beide aus der Zweitbundesliga-Reserve des TV-Hilfe-Stein. Sie spielen gegen das Oberliga-Doppel des DSV-Stein mit dem Linkshänder Steffen Körner im schwarzen Trippé und dem amtierenden bayerischen Jugendmeister der Gnäs Ehrich. Und in Sätzen liegt das Steiner-Koppel, das jetzt mit Steffen Körner aufschlägt. 1-2-2, zurück. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.